Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute noch einmal abschließend über die Europäische Sozialkarte debattieren können und dass wir das dann auch mit dieser Lesung abschließen können. Die Diskussion hat gezeigt, dass die Europäische Sozialkarte ein historischer Meilenstein war, dass 50 Jahre Europäische Sozialkarte auch ein guter Anlass war, auf Wunsch der Linken darüber debattieren zu können. Wir haben uns das erste Mal am 26. Februar 2015 hier ausgetauscht, haben in unseren Reden meine Kollegin Katrin Alpsteiger und ich für die CDU-CSU-Fraktion deutlich gemacht, dass wir selbstverständlich offen sind, darüber zu diskutieren, in welcher Möglichkeit es gegeben ist, die revidierte Fassung zu ratifizieren. Wir hatten dann am 10. Juni 2015 eine Anhörung im Ausschuss für Europäische Angelegenheiten. Dort haben unterschiedliche Experten sich geäußert. Der DGB hat die Hoffnung geäußert, dort zu einer Ratifizierung zu kommen, hat aber auch in einzelnen Punkten unsere Kritik, zu der ich nachher noch einmal inhaltlich eingehen werde, bestätigt. Dann gab es auch von der Stiftung für soziale Marktwirtschaft, den Herrn Professor Michael Eiforth, der noch einmal herausgestellt hat, dass es bei der jetzigen Ratifizierung nicht darum geht, ob man diese sozialen Errungenschaften akzeptiert oder nicht, sondern es dabei wichtig ist, zu schauen, ob wir es auch ins nationale Recht übertragen können. Am 28. September 2016 haben wir dann im Ausschuss erneut darüber gesprochen, es ausgetauscht, abgelehnt, und wir werden dann heute auch diese Entscheidung hier im Deutschen Bundestag mit Stimmen der Großen Koalition treffen. Und wenn man dann noch einmal in die Geschichte guckt, 1964 hat die Bundesrepublik Deutschland die Sozialkarte ratifiziert, dann war das damals ein wichtiger Schritt, weil man auf der einen Seite wichtige Rechte definiert und festgehalten hat, zum Beispiel das Recht auf Arbeit, das Streikrecht, Recht auf Gesundheit am Arbeitsplatz. Und andererseits, nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch für die Staaten des Europarates war es ein wichtiger Punkt für die Entwicklung einer einheitlichen Sozialpolitik. Das muss man an der Stelle deutlich sehen. Und dann war es 1996 so weit, dass die Europäische Sozialkarte revidiert wurde und Deutschland die 2007 unterzeichnet hat, aber bis eben heute noch nicht ratifiziert hat. 33 von 45 Mitgliedstaaten haben das getan und eben zwölf nicht. Und die Gründe dafür sind höchst unterschiedlich. Dazu gehören Staaten wie Spanien, wie Griechenland, wie Großbritannien. Und die Gründe sind sehr individuell und eben sehr unterschiedlich. Und wir haben nun mal das Credo in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir internationale Abkommen nur dann auch umsetzen, wenn wir sie glaubwürdig implementieren können, wenn wir das, was dort vereinbart wurde, auch ins deutsche Recht übertragen können. Und so haben diese ganzen Debatten, die wir im Ausschuss geführt haben, die Anhörung, auch die beiden Diskussionen hier im Deutschen Bundestag, und das wird sich ja heute auch hier zeigen, deutlich gemacht, dass wir für die Frage des Diskriminierungsverbotes, wie wir eben damit umgehen, mit diesem Querschnittscharakter, dass wir dafür eben noch keine vernünftige Lösung haben. Und der zweite wichtige inhaltliche Punkt, und da haben wir auch inhaltlich eine andere Auffassung ganz deutlich, auch zu dem, was beispielsweise von Ihnen in der Debatte kam, ist die Frage, wie gehen wir mit einem allgemeinen Streikrecht um. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland kein Streikrecht für Beamte. Das wollen wir auch nicht. Da haben wir eine ganz klare Überzeugung. Und so zeigt sich, dass mit dem heutigen Tag es, glaube ich, wichtig und richtig war, diese Debatte zu führen. Aber dass wir eben schon feststellen müssen, dass wir, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht so weit sind, um die Ratifizierung umzusetzen. Deswegen werden wir als Unionsfraktion auch den Antrag der Linken ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann darf jetzt Die Linke darauf antworten mit André Hunko.